Ja, Moin Pyros und herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir sehen heute den Einhorn-Pups. Der größte Marketing-Gag, den es bis jetzt im Discounter im Bereich Feuerwerk gab von Lidl. Richtig geiles Design und dahinter verbergt sich der Bouganu Silver Pink, der meiner Meinung nach die beste Sorte von den ganzen Bouganus darstellt. Deswegen weiß ich eigentlich schon, was es erwartet, dass das eigentlich relativ gut werden sollte. Auf jeden Fall viel Spaß beim Test vom Einhorn-Pups. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr dann den Sipplo von Elf-Pups, wer weiß. Wieder die Bengale-Basis am Anfang, schön in Pink. Sieht richtig mystisch aus. Pünktlich zur Verwandlung, zieht der Wind auch wieder in eine andere Richtung. Sehr schön. Jetzt haben sie schön pinken Sterne mit mir zu. Sehr geil. Ich liebe diese Variante von den Schweizer Bouganen. Der Silberpinke ist wirklich eine Granate. Auch mit diesem Einhorn-Pups. Es ist schon eine lustige Idee auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und guckt mal wieder rein.